Das was ich jage. Ich jage modern. Oh nein. Komm zurück, Reh. Komm zurück. Steht bestimmt im stören Buch, oder? Nee. Nee? Nee. Das kannst du vergessen. Ich glaube nicht wahr, ey. Also das Bein konnte ich essen und das eine Bein auch. Ich kann hier Kamille pflanzen. Kamille können wir nicht gebrauchen. Kamille, warum auch immer. Für Zahnpasta oder so. Ich muss was futtern, ich arbeite hier unten. Ganz allein, wo es jetzt dunkel wird. Aber guck mal, wir haben ja 40, 30, klein 30 Stück haben wir geschafft. Gar nicht mal so gut, ja. Gar nicht mal so gut. Ja, ich gehe doch fast vorwärts. Nein, ich bin, oh no. Scheiße, ich bin abgestürzt. Wenn ich schon mal da unten bist, kannst du fragen. Was höre ich denn hier? Alter, ach du. Galoppel Heinz, Galoppel Heinz. Ich werde ja nicht bei der Arbeit. Nein. Ich sehe ihn aber nicht mehr. Ja, du siehst ihn, ich will so eine Windpäse sein. Ich sehe ihn wirklich nicht. Ich sehe ihn nicht. Alter, nein. Die Brücke, die Brücke. Nein, wo ist die Brücke? Nein, wo bin ich? Ich kann nicht. Ich sehe nichts. Hau ab. Nein, Hilfe. Sieht gerne aus mit den Sonnenstrahlen. Sehr gut. Schön. Die flackern so schön da durch den Strauch durch. Sehr gut. Und damit ein Hallo und herzlich Willkommen bei The Forest. Ja, der Lucky Luke, der versteckt sich hier vor mir. Ich habe zu tun. Der kackt hier hinter den Holzstabels. Ich meine. Ist das dein? Ja, ist mein Wahn auch noch. Du bist so ein Pf. Oh. Okay, na gut. Ja, wie gesagt, mit dem Lucky Luke. Ja. Und mit meiner Wenigkeit im Maximum. Hallo. Hä? Ich wollte eigentlich nur diesen machen. Oh. Oh, was hast du jetzt gemacht? Hast du dir angezündet? Äh, nee. Ich habe... Ich wollte eigentlich nur so einen Gruß machen hier mit der... Mit der... Mit der Kackst. Mit der Axt. Und äh... Der hat geschlagen. Keine Ahnung. Weiß nicht, was da war. Ja. Ähm. Du könntest hier mal wieder Rasen mähen. Weißt du das? Ich, äh, genau. Könnte ich machen. Aber erstmal muss ich den Timer stellen hier. So, jetzt, äh... Damit wir die Zeit nicht aus den Augen verlieren und, ähm... Ja. Nicht überziehen. In der Abendtämerung gehen wir nochmal jagen. Wir gehen jagen. Hab ich irgendwie noch... Für den nächsten Tag Kräfte... Oder Kraft zu sammeln. Genau. Für, ähm... Für das große Craften. Weißt du was? Ich jage. Ich jage modern. Oh nein. Er hat die Kötze. Genau. Aber ich komm da, äh... Doch, man kann auch rennen mit dem Ding. Oh, ich kann hier rein. Ja, genau. Wollte ich auch grad sagen. Ähm... Es ist aber ein Eichwörnzinn. Das will keiner. Na gut. Wie war das? Ich sammle mal... Harz. Oder was ist das? Ja, Hauz. Äh, Harz. Harz. Oh ja. Horz. 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 Thüringer Horz. Sag mal, den Baum da hinten, die Tanne, die fällen wir nicht. Weil die sieht ja hier ziemlich cool aus eigentlich so im, 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 an der Küste hier. An der Klippe. Ja. Wieso kann ich nichts sammeln? Äh, ich weiß nicht. Hast du... Schluck spricht wieder alles. Wie? Achso, nee, ich hab's leer gemacht gerade. Jajaja. Hab gerade... Hab's gerade ausgetrunken. Meinten du die... Ja, ich bin in der Falle. Was soll denn das? Die Knatterbüchse, die qualmt. Wett? Ja, weil Sprit langsam alles. Äh, ja. Sag mal, es liefen noch so viele Rehe hier in unserem Gatter rum hier. Warum läuft denn jetzt nichts rum? Weil ich kann hier mit der... Ah, da. Die schlafen jetzt. Die schlafen jetzt. Scheiße! Ich glaub... Och, nee, doch nicht. Ich dachte, ich hab gerade unseren Wasser-Kollektor umgesägt. Nee, ist aber nicht. Komm zurück, Reh! Komm zurück! Wo bist du? Ich hab gedacht... Zurück. Zurück? Ah, hier. Komm, komm. Put, 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 put. Ich hab gedacht, ob du hast so eine schicke Rehfalle mal gebaut. Hier. Du hast nie etwas drin. Ach ja, da fehlt bestimmt irgendwas, oder? Das kann doch gar nicht... Oder muss man da irgendwas reinlegen? Oder irgendeine, äh... Na? Nahrung oder was für die... Für die... Für die... Röhre oder was? Hm. So, jagen wir jetzt oder was? Aber mir kommt hier eh nichts vor die Flinte. Vor die Kettenflinte. Was? Hm. Ich muss mir mal wieder einen Baum... Äh, gerade schon einen Bogen basteln. Das war jetzt... Hast du keinen mehr? Nee, ich glaub nicht. Warte mal, ich kann mal gucken. Äh, doch, na klar. Na klar. Wie war denn? Wie war denn das? Ich muss das ausrüsten und... Äh... So. Ach, weißt du, was ich seit bestimmt... Zehn Folgen versuchen... Äh, äh, wollte? Äh... Das geht mit Sicherheit irgendwie. 19? Nee, das ist... Also, die Trinkflasche ist auf der 2. Das hab ich ja mitbekommen. Die 1 ist die, äh... Die Axt ist auf der 1. Genau, die ist auf der 1. Äh, wenn ich jetzt die... Die Kettensäge... Zum Beispiel ausrüste. Kann ich die? Nö. Das ging doch, oder? Oder... Das muss doch gehen. Ach, Moment. Äh, wie war das so? Das Buch ist... Steht bestimmt im schlauen Buch, oder? Ähm... Näh. Näh? Crafting? Näh. Doch, 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 doch. Das muss gehen. Das kannst du vergessen, doch. Ihr klopt nicht, weil... So, ich... Ah, hier. Ich muss jetzt langsam mal... Ich auch. Ich schnaufe gerade. Ich muss unbedingt was essen. Ich auch. Äh. Warum schnaufe ich? Dann hast du einfach schlafen gehen. Nee, also da... Dann gehe ich ein, glaube ich. Und ich habe nichts mehr auf dem... Auf dem Magen. Äh, im Magen, weil ich... Ach, ist doch egal. Komm, ich schlafen. Na, okay. Warte mal, stopp. Ich... Ich speichere aber vorher ab. Ich speichere vorher ab. Das ist sicherer. Falls das nach hinten losgeht mit der Schlaferei, dann... Falls du mich wieder kitzelst... Du schließt da nicht und dann bist du tot. So, ich möchte. Ähm... Nee, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich komme gerade nicht ran hier. Wo kann ich... Hä? Geht das nicht? Hallo? Ähm... Äh... Ah, jetzt. Okay, dann versuchen wir es mal. Öh, tot. Äh? Aber nur... Äh, das klappt. Ja, aber nicht ganz. Was schlägt sich tot. Ach doch. Stehst du hier. Ja, 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 ja. Alles okay. So. Oh, unten ist auch da. Na dann. Ich... Ich esse mal ein Bein hier. Scheiße. Kann ich mir das essen? Ah, sein. Ah. Ih, bäh. Ist doch nicht trocken genug. Ähm... Naja, er hat es mal gegessen. Oder? Ja, er hat es mal gegessen. Dann esse ich mal einen Hasen hier. So. Äh, wieso kannst du nicht essen? Ich kann ihn noch nicht essen. Doch, also ich auch. Geht. Also das Bein konnte ich essen. Und ähm... Den... Den einen... Das eine Bein auch. Oh, scheiße. So, Wasser ist auch voll. Äh, Quatsch. Also ich bin gedost... Entdostet. Entdostet. Geiles Wort. Ich muss den Hasen auf den Grün legen. Sag mal, was ist mit dem Wagen hier los? Guck mal. Der steht bei mir hochkant. Was hast du damit gemacht? Stimmt. Das ist die Diebstahlsicherung. Weil ich da hingeschissen hab. Ja. Genau. Mann, Mann, Mann. Können wir den überhaupt bewegen? Sag mal. Den kann ich gar nicht... Ach doch. Warte mal. stellen... Nee, ich kann ihn gar nicht aufheben. Hä? Glütet Worte? Was ist denn das? Ähm, verschmutztes Wasser. Oh. Ähm. Der wackelt, der Wagen. Aber... Das ist ja ein Ding. Warum kann ich den nicht aufstellen? Naja, was soll's. Egal. Müssen wir uns zur Not einen neuen basteln. Wenn's denn nicht anders geht. Ähm... Was wollte ich denn machen? Ich wollte... Was wollte ich... Was wollte man machen? Wir wollten ja. Ach ja. Genau. Stimmt. Mit dem Bogen. Ach, mit dem... Ja, genau. Ich war im Buch. Oh, Mann. Kurzzeitgedächtnis. Scheißen, Dreck. Ähm. So. Wie... Wie geht das mit dem... Mit der Tastenbelegung? Das muss doch gehen. Vielleicht muss ich das später... Oder mal im Offen mal recherchieren. Was ich... Bisher, glaube ich, nie gemacht hatte, oder? He. Irgendwie vergesse ich's mal wieder. Ich krieg da nur ein Eichhörnchen. Alter, hier ist ne... Das gab's die vorher auch schon. Ne... 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 Ne Deadfall Trap. Also ne... 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 Ne schwingende... Ne... Was ist denn das? Ne... Ne... Ne Falle, die... Die Spikes unten dran hat? Die... Ne Todesfalle. Äh... Mit so... Die Tänze rumschwingt und den... Aufsticht. Ja, genau, genau. Ja. Die... Können wir trotzdem mal bauen. Vielleicht kommt der... Happy Birthday Trap. Die können wir auch mal bauen. Das ist aber ein Riesending. Da brauchen wir... Brauchen wir relativ... Ne, wohl. Vier... Vier Loks brauchen wir. 20 Stickys und zwei Steine. Ja, die bauen wir. Warte mal. Ich... Ich stelle die mal... Ach, die! Das ist ja... Ja, die kenne ich, glaube ich. Irgendwo her. Die müssen wir... Wo bauen wir die denn hinten? Warte mal. Da ist hier neben die anderen Falle, oder? Ne, da hinten. Ne, ich mache die hier neben den Haupteingang, glaube ich. Äh... Nur wie rum? Warte mal. Wie rum ist denn richtig hier? Welche Richtung schnappten die auf? Äh, zu, meine ich. Ähm... Ich weiß nicht. Ich muss die hier hinbauen, weil... Wenn wir da mit unseren Wagen langkommen... Nein! Nicht doch! Fuck. Jetzt habe ich schon angepasst zu bauen hier. Ach, ist egal. Ich lasse die... Ich lasse die mal hier. Scheiße. Was? Musst du nochmal abreißen? Ja, ich reiße die nochmal ab. Das ist natürlich doof, jetzt... Es gehen mir hier Stickys flöten, aber... Ach, was soll's. So. Zack. Ich wollte eigentlich nur drehen, aber... Kannst du... Wo bist du eigentlich? Hier hinten am Jahr, wenn ich schon... Ah, okay. Vielleicht ist die Wester. Äh... Ja, 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 ja. Warte mal, wie... Wo stelle ich denn die hin am besten? Ich kann die aber erstmal aufstellen, ohne dass ich die bauere. Kannst du nachher mal gucken? Ja. Das ist eigentlich doof hier. Warte mal. Hier vielleicht. Genau, da können wir noch vorbei. Mann, ist nur los. Mein Kaffee wirkt, glaube ich, von vorhin. Ist das... Ist das aber nicht die richtige Richtung, oder? Ähm... Schnapp die... Hm, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Nee, die ist noch zu nah am... An der Einfahrt. Oder da oben hin? Ich weiß nicht, von wo kommen die am meisten? Aus welcher Richtung? Endlich. Von hier, wo ich gerade stehe. Ja, genau, dann mache ich die doch in der Nähe von der... Von der anderen Falle. Hier in die, direkt in den Baum mache ich es. Ja, genau. Das ist, glaube ich, ganz gut hier. So. Geht das hier? Das geht. So, zack. Glaube ich. Und... Poff. Kannst du trotzdem nochmal schauen, wenn du magst, wenn du zurückkommst. Dann... Auf jeden Fall. Ich bin gleich wieder auf dem Rückweg. Ich hänge noch. Zwei, drei. So. Ich equippe mich mal mit den Bögen. Wie waren Zielen? Ach, okay, ja. Und abbrechen. Wie kann ich ihn abbrechen? Ähm... Träge einfach eins. Echt? Wie geht das? Wir gucken. Ja, ach du, dann wechselt er auf die... Auf die Axt. Das will ich eigentlich nicht. Aber gut. Auf jeden Fall verschießt er den Pfeil nicht. Ja. Gut, dann werde ich auch mal jagen gehen. Aber in die andere Richtung. Ein bisschen. Mal schauen. Die Falle ist schon wieder zu. Aber da ist... Was ist denn da drin? Oh, komm mal her, bitte. Ich habe hier Fleisch, was ich nicht nehmen kann leider. Ja. Ja, bin unterwegs, oder? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Du müsstest doch... Ah, hier unten. Okay. Oh, hier liegt ja. Hier liegt was. Den meinst du hier bestellen. Hups. Genau. Start den. War's das? Ja. Tut mir leid. Okay. Okay, okay, okay. So. Hier liegen Kräuter rum. Beziehungsweise... Die werde ich mal sammeln. Kann ich die überhaupt... Nee, wird voll. Kamülle. Ja, Kamülle, genau. Genau, äh. Hier sind gar keine Fische mehr drin. Irgendjemand hat die rausgefischt. Ich war's nicht. Ach doch, hier ist noch einer. Kann man ihn eigentlich auch mit dem Bogen schießen? Den Fisch? Wir haben zwei. Oh, es gibt neue. Oh. Ich versuch mal den anderen mit... Nee, die kannst du mit dem... Oh, der war daneben. Den Rest müssen wir lassen. Warte mal einen noch. Ich glaub, den anderen müssen wir lassen, ja. Ich hab drei hier. Aber es geht nicht. Achso, die sind ganz viele. Es geht nicht mehr. Mit dem Bogen... Oh, was das denn? Achso. Äh, mit dem Bogen geht nicht. Nee, mit dem Spieß da muss ich den noch. Ja. Oh, hier sind viele Fische. Das ist gut. Gut zu wissen. Dann lass mal den. Hab ich einen Speer? Hab ich eigentlich einen Speer? Doch, eigentlich schon. Ja, hab ich. Dann lass ich den Rest jetzt so. Und... Äh, das war gut, ja. Müssen wir dies mal nicht jagen. Genau. Äh. Jetzt hab ich einen. Na, sehr gut. Zack. Gut, ich geh zurück. Ist das... Ist das hier eigentlich, ähm... Ja. Trinkwasser? Mal gucken. Ja, halbwegs, ja. Nee, nicht wirklich. Also man stirbt nicht, aber... Schade, dass man... Dass man so einen Fisch nicht einfach nehmen kann und in den anderen Teich setzen könnte, ne? Ist ja noch geil. Äh, ja. Das ist wahr. Kann man die Fische eigentlich trocknen irgendwie? Nee, oder? Doch, doch. Das geht. Echt, ja? Hängt man die da auf, aufs Rack? Äh, äh, äh... Ja. Oh, ich bin voll. Ich muss da einen Fisch hier lassen. Äh, also wenn du nächstes Mal vorbeikommst, liegt noch ein Fisch drin. Okay. Ich bin auch voll. Sehr gut. Denn, sind noch genug Fische da jetzt? Jaja, ich glaube, also wenn wir waren jetzt bestimmt noch so, keine Ahnung, 5, 6, 7? Ich weiß nicht. Weil ich hab jetzt die... Vermeintlich größten Fische rausgeangelt. Bis auf den einen, der letztendlich noch liegt. Achso, hattest du mal geschaut hier bei dem... Fallen... Dingsbums? Ob das okay ist? Also ich... Ich könnte natürlich noch näher ran ans Dings, aber dann laufen wir dann vielleicht Gefahr... So, so müsste er... Selbst rein zu... So müsste er richtig sein. Vielleicht schon mal bauen ein bisschen, ja? Ja. Ja, ich kann ja auch mit... Mitmachen hier, wenn... Achso, weil die brauchen... Was brauchen wir denn noch? Ich seh gar keine Anzeige. Ach, hier. Okay, das war's. Vier Loks. Ich hol mal was. Ah, nee, ich häng jetzt mal die Fische auf die Leine. Und ich war da. Und ich hol die von hier hin. Und ich hol die von hier. Okay. Okay. Wir haben ja auch noch welche auf Lager hier. Aber die können wir ja zum... Gut, ich häng jetzt mal die Fische auf die Leine. Ja, das... Wir haben ja auch noch Fische drin, ganz viel. Sehr gut. Sehr gut. Ach, ich wollte mir meine Reparatur-Tool bauen. Das sehe ich gerade. Ich kann es nämlich... Hier, unser Rack ist kaputt. Ein bisschen. Ich bin da, glaube ich, gegen die Rand vorhin. Ich glaube, da habe ich gegen die Hauen aus Versehen. Oder so, ja. Äh, wie ist denn das eigentlich mit den Fischen? Die können wir nur nehmen oder essen, wenn die hier draufgehangen haben. Oder auf den Grill geschmissen wurden, oder? Also nicht aus der Tasche raus. Nee, nee, die kannst du anhängen, ganz normal. Ja, nee, das ist klar. Ja, ja. Ich meine jetzt, aus der Tasche raus können wir die nicht essen, ne? Nee, sind ja roh. Vielleicht. Äh, ich muss... Ich ist voll, glaube ich. Unser Rack kann das sein. Ich sehe hier. Oh, da habe ich keinen Fisch mehr. Nee, ich habe noch einen Lurch. Äh, habe ich den jetzt genommen oder hingehangen? Verdammt, ich sehe das nicht. Ja, hingehangen, okay. Das ist gut, das ist gut. Oh, ja, hier ist was zu pflanzen. Ich kann hier Kamille pflanzen, oder? Was ist das? Kamille kann man nicht gebrauchen. Oh, ich pflanze mal irgendwas hier. Ich weiß nicht, was ist das? Blaubeeren? Nee, blau. Irgendwas habe ich jetzt hier. Ich habe irgendwelche Beeren und einmal Kamille oder sowas. Kamille, warum auch immer. Für Zahnpasta oder so. Okay, das Ding ist fertig. So. Ach, ich werde mir... Warte mal, irgendwas ist da jetzt fertig getrocknet. Dann werde ich mir das mal in die Tasche stecken. Dann... Bin ich gerüstet für... Warte mal, was ist denn jetzt hier trocken? Das Bein. Ich nehme das einfach. Okay. Notrationen, was gibt es noch? Nichts mehr. Ähm. Äh, warte. Achso. Hä? Warte mal. Wie war das mit den Häuten hier? Wie kann man sich doch auch anlegen? Als Rüstung. Ja. Musst du nur aufklicken. Links klick. Na, combine. Was brauche ich noch? Ach, äh, Hasenfurz. Äh, Quatsch. Hasen. Hasenschade. Throw. Ach, ich kann mir so einen Steinsack bauen. Aber will ich eigentlich nicht. Glaube ich. Will ich das nicht? Nö, das schon. Ich kann die... Kann ich das nicht nehmen hier? Hm. So. Also, ich würde hier dieses nehmen vom... Entweder Hase. Ich weiß nicht, was du anziehen kannst alles. Äh. Unsere Hasen, die wachsen. Na hier, die dunklen, glaube ich, kann ich anlegen, oder? Scheiße. Was jetzt? Hast du was kaputt gemacht? Nein, ich mach hier ganz. Ich... Ist nicht kaputt. Ich... Hä? Ich kann hier nicht... Was ist das hier? Ach, jetzt? Ja, okay. So, mal gucken, ob ich die anlegen kann. Alles klar. Das ist einfacher, als Knochen zu sammeln. Logischerweise. So. Was machst du da? Achso. Ne, die kann ich... Ich kann daraus nur... So einen Sack bauen. Aber ich will keinen Sack bauen. So. Ähm. Ich mach mal den einen Wagen hier leer, der hier so komisch hochkrankt steht. Ich muss was futtern. Ich weiß mal, die zwei Dinger liege ich noch ab und dann... Könnt ihr mal anhaben. Ich arbeite hier unten. Ja, ja. Ganz allein. Wo es jetzt dunkel wird. Ach ja. Ja, dann... Müsst du dich mal wieder zurückbewegen, nicht wahr? Nicht wahr. So. Ich muss ackern. Baumfeld. So. Wenn ich mal was wegschnecken hier... Was hab ich denn hier? Oh, so ein vertrocknetes... Ähm... Ey, das kann ich nur... Kann ich gar nicht essen? Was hab ich denn da gesammelt? Fuck. Ähm... Nö. Ich muss zum Feuer hoch. Mal gucken. Äh, Quatsch. Zum Rack. Mach mal. Ich kann auch gar nicht mehr rennen hier. Meine Ausdauer ist so dermaßen... Gar nicht mehr vorhanden. Was hängt denn hier rum? Ein Bein. Ich nehm mal das Bein. Äh, nee. Quatsch. Ist ja gar kein's. Ich hab irgendwann was passiert, wenn da immer nur Beine isst. Was? Die wachsen mir aus den Ohren oder sowas. Keine Ahnung. Lange Zähne vielleicht oder so. Ja. Ach, warte mal. Ich mach mal unser Tor zu hier, weil... Äh... Könnte vielleicht gefährlich werden. Aber guck mal, wir haben ja 40... Nee, Wattermeinschaft. 30. 32 Stück haben wir es geschafft. Ja. Ich finde, das ist nicht so schlecht. Ist gar nicht mal so gut, ja. Ein paar Stunden. Gar nicht mal so gut. Schön langsam. Ja. Geht doch fast vorwärts. Low Energy? Was war's behinder denn? Achso, oh, eat something. Okay, ja. Ich trink erstmal einen schönen... einen schönen Boost. Oh, das raubt mir ja voll Energie. Warte, echt jetzt? Ist ja doof. Ja, cool. Ja. Ich dachte, er hilft ein bisschen. Achso, nee. Er hilft gegen Kälte. War das nicht so? Nein, ich bin... Oh no. Scheiße. Ich bin abgestürzt. Bist du tot, nee? Nee. Es ging doch gerade so. Naja, wohl. Nee, ich muss Medizin nehmen. Warte mal. Was höre ich denn hier? Alter, ach du! Galoppel Heinz! Galoppel Heinz! Fick dich hart. Nein! Galoppel Heinz! Stört er mich bei der Arbeit? Hier ist doch... Hier ist doch das... Seil! Ja, komm hoch! Ey, wo ist der? Hüttler Strom, den mach ich kalt. Den trete ich in den Arsch. Wo ist der? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Hä? Wo ist denn der? Hallo? Da unten ist er. Ich sehe ihn überhaupt nicht. Bin ich blind? Den mach ich kalt, so. Ähm. Wo ist der? Ich sehe ihn nicht! Der ist genau unter der Brücke. Achso, okay. Alter, Mann. Hua! Alter! Der kann doch echt nicht brüllen, der Sack. Wo ist er denn? Scheiße, Alter. Ey! Oh, oh! Das schmeckt gar nicht gut. Wo ist das Seil? Wo ist das Seil? Ja, da! Hoch! Ich hab's. Ich kann ihn leider nicht... Oh Gott. Ich sehe ihn aber nicht mehr. Fahr jetzt nicht da mal runter. Ja, du siehst ihn nicht. Ich will so eine Blind-Pese machen. Ich sehe ihn wirklich nicht. Ich sehe ihn nicht. Der ist... Ja, wahrscheinlich unter der Brücke. Ist egal. Was soll denn das? Jetzt hab ich schon meinen Bogen in der Hand, weißt du? Und... Ah, da, jetzt sehe ich ihn. In der Entfernung. Ah! Ja. Hast du eine Angelegenheit damit auch? Ich hab... Nee, ich hab keine Brandpfeile. Aber ich hab ihn getroffen. Drei... Zweimal schon. Ich sehe ihn, wenn ich... Äh, haha. Äh! Äh! Nein! Ich setze den Baum ab, um mir zu mit einem schlagen. Alter, nicht, dass der uns hier... Unsere, unsere, äh... Unseren Steg hier... Nochmal getroffen. Hast du Mollestorf guckt hier? Äh, warte. Muss ich gucken. Alter! Nein! Die Brücke! Die Brücke! Nein! Die Brücke! Ich nicht! Oh, wie wollte ich raus... Ich wurde rausgeschmissen. Nein! Scheiße! Oh! Ich muss flüchten! Ich kann nicht flüchten! Ich hab nichts mehr! Scheiße, der macht mich glatt, glaub ich! Ich wurde rausgeschmissen! Will der echt jetzt? Ich muss ins Wasser! Ja! Äh! Hat der die Brücke abgerissen? Ja, der hat die Brücke! Alter, ich kann mich nicht wehren! Die ganze... Äh... Wieso bin ich denn jetzt rausgeflogen? Was soll denn das? Warte, ich muss... Da muss ich dich nicht wieder einladen. Aber gut, dann würde ich sagen... Zu joinen, nee. Achso, okay. Der Tarpat da draußen rum. Ich kann grad nichts machen. Er ist aber nicht... Halbtot? Oder? Nee, sieht bloß so aus. Das kann er nicht wahr sein. Oh, Alter! Der steht hier noch am Wasser irgendwo. Ich seh'n grad nicht. Ähm... Ich glaub, der hat Besuch mitgebracht. Irgendjemand hat er mitgebracht, glaub ich. Scheiße, das hat man noch nie. Das kannst du an... So, warte mal. Mollis? Hab ich Mollis? Nee. Aber kann ich basteln. Na? Na? Ey, pass mal... Jetzt. Okay. Der komisch reagiert gerade. Äh... Da ist er. Anzünden. Nein! Scheiße! Warum wir... Warte mal. Komm ich ran? Nee, komm nicht. Komm nicht ran an den Scheißkerl. Hier ist zu weit weg. Jetzt aber. Bumm. Er brennt. Okay. Freundchen, komm ja, ja. Oh, Sack. Oh, oh. Nein. Hau ab. Alter, der rennt den Berg hoch. Das gibt's doch nicht. Wie macht der das? Nein, wo bin ich? Ich kann nicht. Ich seh nicht. Hau ab. Nein, Hilfe. Hilfe. Warte, ich rette dich. Scheiße. Äh. Ich häng hier fest. Warum häng ich denn fest? Verdammter Mist. Ich komm hier nicht weg. Scheißen, Dreck. Fuck. Oh. Warte mal, hab ich noch einen? Nee, hab ich. Du kannst nicht immer den Scheiß fein nicht anzünden. Wo bist du denn? Äh, unten. Immer noch bei, 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 immer noch bei der Galoppel. Wo ist die? Ich seh ihn, seh ihn gerade auch nicht. Ich wollte dir nochmal neu bauen. Das ist ja nicht. Wo ist der Sack? Also entweder sind's zwei oder der... Äh, ist der über mir? Nee. Da ist er. Da ist er. Oh Mann, ich seh, ich seh nicht. Ist er das? Ja, das war... Er brennt, er brennt, er brennt. Der Tod? Noch nicht, leider noch nicht. Er brennt jetzt das zweite Mal. Und er kommt auf mich zu. Äh, nee, der lebt noch. Der lebt noch, der Sack. Äh, jetzt seh ich ihn wieder nicht. Warte, ich muss schnell, ich quippe ihn hier. Nein, jetzt hab ich das Alkohol getrunken. Nein, ich wollte dich. Scheiße. Ich hab da mal so ein Brandpfeier hingeschossen, aber... Wo ist der Typ? Wer ist bei mir hier? Siehst du mich? Ja, aber du reißt da irgendwelche Bäume ab. Ja, da hinten ist er jetzt. Aber ich... Ähm. Der macht unsere Butter. Da ist er, ja, da ist er, da ist er, da ist er. Jetzt kommt er auf mich zu, hier. Oh, fuck. Nein, oh, fuck. Klar, wenn man das Wasser springt, ist natürlich der Molli erst mal hin. Bleib schön stehen, du Sack. Ich hab mal noch ein paar Pfeile, aber ich seh mich so richtig. Oh Mann, warum? Scheiße. Oh, gut, aber... Na ja, nee, nee, er hat nicht getroffen. Was ist denn hier los? Ich hänge hier überall. Immer, ständig. Das gibt's doch nicht. Egal. Nicht so. Nee. So, einmal kann ich noch, glaub ich. Der reißt alles ab. Der macht da hinten einen kleinen Ort. Ja, boah, von hier oben. Ja, sehr gut. Jetzt fällt er um, jetzt ist er platt. Jawohl. Geil. Oh, jetzt könnten... Ähm, wir müssen irgendwie die Brücke jetzt komplett neu bauen, oder? Ähm, ich denke schon. Mir ist kalt. Und das Blöde ist, ist der nichts. Ich kann nichts essen. Dass der nie irgendwas dort hat. Ja. Boah, gut, dann, ähm, würde ich sagen, von hier unten erstmal, äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Damit haben wir jetzt gar nicht gerechnet. Ich wollte gerade, ich wollte mich gerade zur Ruhe setzen, beziehungsweise ins, äh, ja, schlafen gehen. Aber, ja, man hat ja gesehen, was passiert ist. Okay, bis zum nächsten Mal nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.